Das Deutschland-Ticket soll teurer werden. Mit derzeit 49 Euro muss der Staat ca. 4 Milliarden Euro jährlich investieren, um das Ganze am Laufen zu halten. Nun soll es ab Januar eine Erhöhung auf 58 Euro geben. Sozialverbände kritisieren, dass immer ärmere Menschen dann darauf verzichten werden, wobei der Sprung von 49 Euro schon zu viel gewesen wäre.